servus zusammen recht herzlich willkommen zurück zu der division 2 wir spielen die fahndung der anwerber und wir sind jetzt wieder zurück hier beim washington monument und ich hab's jetzt irgendwie gefunden ihr seht es oben an der zeit korbeck 1 kopfkelteinsatz den müssen wir auch noch machen das scheint wohl aus irgendeinem grund ja vielleicht habe ich die falsche reihenfolge gemacht das kann natürlich sein dass einfach ja ich hätte vielleicht dann doch zuerst den erledigen sollen korbeck 1 und daneben die anderen zwei kollegen keine ahnung wir steigen wieder ein werden auf jeden fall dieses kopfgeld jetzt noch abschließen hier im sanitätsbereich wo müssen wir eigentlich lang hier bitte bin ich jetzt einmal komplett falsch rumgelaufen oder ja da geht es lang so und dann lassen wir uns mal überraschen wie es dann weiter geht hier genau in der nähe da vorne eine patrouille die laufen ja hier mitten rein denke ich so wir müssen hier nochmal ins sanitätsgebiet da war also noch eine ein teil zu erledigen da vorne sind die kollegen so wir haben noch ein bisschen zeit so immer schön in bewegung bleiben kein ziel bieten sehr gut das war's weiter geht es so ich hoffe doch diesmal dass wir hier rein müssen ich meine da sind wir das letzte mal schon rein und dann war ja gar nichts dann war es irgendwo anders ach nee nicht schon wieder sind wir schon wieder falsch müssen wir wieder auf die andere seite oder ist da hinten jetzt offen nee das glaube ich nicht wir müssen wieder anders herum oder ja ja da ist zu naja ok merkwürdig 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 aber wir werden das ganze hier schon gewuppt kriegen da müssen wir halt dann doch wieder hier rechts rum mann und mann und mann und mann hier kriegst du kilometer geld ja wenn du kilometer geld überhaupt kriegen würdest ne so toll da ist zu aber da kommen wir hoch nee war da nicht das letzte mal offen hier nee da muss man glaube ich auch noch einmal rumlaufen ich glaube dann durch diese hole gasse muss er dann kommen war gar nicht eine hier irgendwo da war es doch genau genau aber im moment sieht es genauso aus wie vorhin Da bin ich... Nee, nee, stopp. Da stehen die Kollegen jetzt da oben rum. Da haben wir vorhin ja gekämpft und verteidigt. Oha. Oha. Nee, schnappt ihr den da? Der muss weg. Das ist ein Sunny, glaube ich. Ja, das ist richtig. Gut gezählt. Mathe-LK, hä? So. Oh, da ist noch irgendwo einer. Da müssen noch welche sein. Ah, da unten. Äh. So, kommt da noch was? Oder geht's weiter? Es geht weiter. Okay, okay, okay. Also das ist praktisch dasselbe wie vorhin. Naja. So, da stehen jetzt die zwei wieder. Ähm. Kriegen wir das so hin oder soll ich? Naja, wir nehmen lieber doch mal ein bisschen Unterstützung. Das kann nie schaden. Ja, zumal es da wieder Dröhnchen hat. Oh, da links kommt einer. So, da oben springt einer rum. Okay, okay, okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Ja, da kommen wir jetzt nicht ran. So, und jetzt müsste es doch da hinten weiter gehen, oder? Nee, hä? Oh, Mann, Freunde. Irgendwas höre ich da in der Luft. Ist da ein, äh, wie heißt das Teil nochmal? Ah, ja, da kommt's. Oh, 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 oh. So. Oh, ja, da haben wir Spaß. Ups. Ups, ups, ups. Dann bleiben wir lieber ein bisschen in Deckung. Und wir bleiben auch von dieser Flasche weg. So, wie kriegen wir denn jetzt unsere Drohne dahin? Wo ist es denn? Oh, shit. Ja, leg dich nicht mit Zohan an. Hab ich so den Eindruck? So, wo haben wir denn das Teil, dass es mal markieren kann? Oh, da. Ach du, Schande. Ne, komm, spring. Oh, nee. Da ist es. So, jetzt fliegt er da rüber vermutlich. Wo ist er denn jetzt wieder da? Oh, weg hier. So. Ups. Ja, das... Ist er wieder auf der anderen Seite? So, wie viel hat er denn noch? Ah. Wo ist er denn? Komm, komm, komm. Mach den Rotor put. So, jetzt gehen wir mal lieber wieder in Deckung. Ah, unsere Fertigkeiten sind alle down. Ah. Okay. So, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah, sehr schön. Wir haben ihn erwischt. Ja, das war wieder ohne entsprechende Deckung überhaupt nicht eigentlich, fast nicht zu machen. Okay. So, das war so ein kleines Indermezo. Jetzt müssen wir... Jetzt habe ich total den Faden verloren. Wo müssen wir denn eigentlich jetzt hin? Da müssen wir, glaube ich, lang. So, haben wir hier die... Ja, sehr schön. Da haben wir die Boni, sozusagen. Und es sieht so aus, als müssten wir wieder da lang. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir wieder zurück müssen. Klingt jetzt gerade nicht logisch für mich. Ah, nee. Wir müssten theoretisch hier rein. Ha. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Ja, das wird jetzt aber echt mal ein hartes... Ja, was ist denn los? Das wird jetzt echt mal ein hartes Stück Arbeit, habe ich so den Eindruck. Da müssen wir hoch, glaube ich. So. Ah. Jetzt kommen wir das nachher schon wieder etwas näher. Ja. Ja. Gut. Hä? Wo sind unser Geschütz? Warum macht denn das nichts? Wollt gerade sagen. Da ist noch was. Ach, er hier. Okay. Imsen. Imsen. Okay. Ist jetzt frei hier. Ah. Ja, klar, du Schlaumeier. Springst doch da runter. So, jetzt müssen wir da. Jetzt ist da auch schon wieder zu. Naja. Äh. War das jetzt, glaube ich, irgendwo hier oben wieder lang? Oh, Mann. Nee. 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 Das ist aber auch echt ein bisschen verworren. Ähm. Nee, irgendwo war das doch wieder rüber zu springen. Vladimir Monk Davis. Monk Davis. Okay. Also eigentlich müssen wir hier lang, bin ich der Meinung. Oder bin ich vorhin einfach nur irgendwo falsch lang gelaufen? Nee. Also hier ist jetzt offen. Aber das hier ist zu. So, wir können hier lang. Hm. Wir müssen da hin. Also im Prinzip passt das so. So. Genau, genau, genau. Da waren wir ja vorhin auch schon mal. Aha. Da hätten wir hier durch können. Okay. Ja, da sind die Kollegen. Da geht's weiter. Wir robben uns zu diesem Polizeiauto. Und dann wäre eigentlich da drüben ganz gut. So, dele. Teufel, Teufel. Ist das so? Okay, da oben springt noch einer rum. Jetzt sind alle weg. Da hinten geht's weiter. Und da holen wir uns wieder ein Medipack. Das haben wir uns aber auch verdient. So. Einmal aufnehmen, bitte. Na, komm, 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 komm. Hier. Danke. So, da geht's jetzt weiter. Ich denke wieder durchs Zelt. Ach, nee. Hier, oder? So. Und dann hier links rum. Sehr schön. Ah, ja. Okay. Okay. Oha. Aha. So, da holen wir ein bisschen was. Okay, okay, okay. So, das sind unsere Leute hier. Ah, ja, tatsächlich. Ja, wenn du das sagst, also jetzt, wo du es sagst, würde ich doch sagen, setz dich mal mein Geschütz ein, oder? Wenn das so ein richtiger Gamechanger ist. Komm, du kommst weg da. Machst nur Stress. Oh, wenn er explodiert, nimmt er hoffentlich den anderen da mit. Ja, komm. Jetzt steht ja wieder da oben einer. Die lernen aber auch nicht dazu, die Kollegen. Ach, jetzt kommen die da raus. So, da ist er ja, der Wladimir. Der Monkey. Ups, 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 ups. Das war's dann wohl. Jepa, komm. Schnapp sie dir. So, jetzt muss... Oh, 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 oh. Jetzt nicht drauf gehen, nicht drauf gehen. Okay, dann gehen wir mal hier ein bisschen in Deckung. Hallo? Was ist denn jetzt da los? Wo kommt denn jetzt der her? Ah, nee. Von hinten. Ich fass es nicht. Ich glaub's einfach nicht. Und wir haben hier keinen Kollegen, der uns helfen kann. Hm. So, äh, was haben wir denn jetzt? Äh. So. Tja. Ruf nach Verstärkung. Inspiration. Ja, ja. Schade, schade, schade. Neustartpunkt wählen. Das war's dann wohl nicht. Dann schauen wir mal, wo wir hier... Ach, wir sind ja ganz in der Nähe. Okay. Ah, ich hätte oben bleiben sollen. Da waren doch tatsächlich welche hinter mir. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So. Ah, aber wir haben den Kopfgeld-Einsatz abgeschlossen, ne? Oder? Gilt das Ganze als abgeschlossen? Da schauen wir doch mal. So, wir schauen mal kurz in die Fahndung. Ja, Zielposition 58. Ah, da haben wir ja wirklich nochmal Schwein gehabt am Schluss. Also da hat es uns nur im entsprechenden Geplänkel ein bisschen dann gekostet. Aber wir können dann doch weitermachen im Einsatz. Naja. Okay. Sehr schön. Dann schauen wir mal, ob wir... Lass mich mal kurz schauen. Wo müssen wir da nochmal hin? Wir müssen doch eigentlich da hin. So, dann schauen wir mal, ob wir da trotzdem noch ein bisschen aufräumen können und aufsammeln können. Ähm, ist es diese Richtung? Ja, diese Richtung. Also ich meine, so kann ich das einfach nicht stehen lassen. Da müssen wir hin. Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass da noch schön gekämpft wird. Und da will ich den Laden noch ein bisschen aufräumen. Wir wollen uns ja das Material holen. Aber jetzt müssen wir erst mal schauen, wie wir da reinkommen. Aber ich denke, da hinten ist dann die Tür schon. Da geht's rein. Oder das Tor. Ja, ja, da tut sich schon was. Okay, okay, okay. So, da müssen wir rein. Da sind wir gestorben. Ne, da sind wir nicht gestorben. Aber da geht's rum. Doch, da sind wir gestorben. Ah, schade. Okay, aber das Material ist noch da. Das heißt, das werden wir noch aufnehmen. Subidubi. Und zwar, das hier müsste doch von dem Kollegen Schnürschuh gewesen sein. So, genau, genau richtig. Das nehmen wir noch auf. So, Gille. Und dann haben wir doch dieses Kopfgeld tatsächlich so auf den letzten Drücker noch abgeschlossen. Haben wir doch Glück gehabt, dass wir uns auf den, auf das Kopfgeld konzentriert haben. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sehr, sehr schön. Ich darf mich an der Stelle erstmal wieder recht herzlich bedanken. Ich werde mich erstmal ein bisschen sammeln müssen. Und dann werden wir uns vorbereiten hier für die nächste Runde. Das wird wieder sein, höchstwahrscheinlich einen Kontrollpunkt einzunehmen. Ich sage jedenfalls an der Stelle recht herzlichen Dank euch für das Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sind unterwegs in der Division 2, die Fahndung der Anwerber und versuchen die dritte Geißel jetzt zu befreien. Ich sage danke, danke, danke. Und wie immer, tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal. Euer Baden Farmer. Ich sage euch an, dass ich mich 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 an, dass